Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem neuen Interview hier auf diesem Kanal. Ich freue mich heute ganz besonders wieder, den Fabian von Lebenskraft pur virtuell neben mir sitzen zu haben. Hallo lieber Fabian. Hallo Silke, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du dir wieder Zeit genommen hast, heute wieder mit einem Thema, wo ich sage, da bekomme ich auch öfters mal Nachrichten, dass mich Zuschauer oder Leser meines Blogs oder meines Newsletters fragen, sag mal Silke, was nimmst du eigentlich für Nachrichtenagenturzmittel? Ich habe jetzt meine Ernährung umgestellt, ich habe jetzt auch einen rechten Mangel oder ich habe Angst, in den Mangel zu kommen. Was würdest du für Nachrichtenagenturzmittel empfehlen? Also bei mir ist es so, ich bin ja schon länger so auf der pflanzlichen, also Richtung pflanzliche Kost, schon lange vegetarisch, vegan und lange Rohkostphasen und habe Nachrichtenagenturzmittel immer mehr kurmäßig, wenn denn genommen. Ich hatte ja auch mal einen Vitamin-D-Mangel, da haben wir auch mal drüber gesprochen, habe ich ja auch das Vitamin-D von euch genommen, kurmäßig. Du warst zu der Zeit auch auf La Palma und hast ja auch gesagt, das ist super, wenn du Vitamin-D nimmst und die Sonne, das ist so ein toller Synergieeffekt, da kannst du auf alle Fälle gut auffüllen. Also mein Fokus liegt auch immer, das sage ich auch immer wieder in meinen Videos, auf nährstoffreiche Ernährung, Wildpflanzen, Sprossen, Mikroalgen, also ich verwende ja auch total gerne die grünen Pulver von euch, ihr habt ja Krassaft, dann grünes Leben, grüner Saftkomplex, ihr habt ja auch diese ganzen Mikroalgen, diese tollen Pulver, die auf alle Fälle tolle Minereien enthalten, die werden auch auf gutem Boden angebaut. Aber trotzdem wollte ich das mit dir gerne mal erörtern, über Nahrungsergänzungsmittel zu sprechen, wann es sinnvoll ist, was es vielleicht essentiell ist. Und meine erste Frage ist natürlich, also ich nehme ja vor allem die grünen Pulver von euch, ich habe auch für meine Jungs so ein paar Nahrungsergänzungsmittel, gerade für meinen jüngsten Eisen, weil der so ein bisschen, sage ich mal, eine spezielle Essgewohnheit hat, also er lehnt so eisenhaltige Lebensmittel eher ab. Und ihr habt ja auch Eisen und das ist natürlichen Ursprungs. Und das finde ich, das sind einfach nur zwei Zutaten, Curryblatt-Extrakt und Hagebrückenpulver, Vitamin C und Eisen und das erleichtert nochmal die Aufnahme. Meine Frage ist, also eure Nahrungsergänzungsmittel sind ja entweder hochkonzentrierte Pflanzenextrakte oder Vitamine und Mineralien natürlichen Ursprungs. Und meine Frage ist, wie kam es dazu, dass ihr euch als Lebenskraft pur entschieden habt, solche natürlichen Nahrungsergänzungsmittel herzustellen und herzustellen? Ja, also liegt auch so ein bisschen an meiner Historie, weil ich da auch im Prinzip schon mittlerweile wahrscheinlich 15, 20 Jahre so ein bisschen suchender bin in dem Gesundheitsbereich. Da auch wirklich hat in der Jugend schon angefangen, auch mit Superfoods und so weiter. War damals noch recht schwer heranzukommen, geht ja häufig viel leichter. Ja, und so kam das dann halt Step by Step. Und ja, wir legen da halt einfach dadurch sehr viel Wert auf, auf Natur pur, könnte man sagen. Also immer unter dem Aspekt einfach von Natürlichkeit, Ganzheitlichkeit, Effektivität. Und von der Effektivität kann man dann im Prinzip auch verstehen, eine gewisse Bio-Verfügbarkeit einfach. Also sprich, dass dieser Stoff, den man da zu sich nimmt, auch wirklich in der Zelle ankommt. Weil letztlich da wird er ja gebraucht im Körper einfach. Also durch diesen ganzen Prozess, Verdauung, Aufnahme, Blutbahn und so weiter, ist ja das Ziel, dass am Schluss dieser Stoff in der Zelle ankommt. Weil das, da brauchen wir ihn. Und ja, und dabei bedienen wir uns tatsächlich auch, ich habe mal zusammengerechnet, eines reichen Erfahrungsschatzes von mittlerweile 30 Jahren Gesamtteam naturherkundlicher Expertise auch. Und da bringen wir dann unsere ganzen Mischungen im Prinzip raus und verbinden, im Prinzip sage ich immer ganz gern, so moderne, innovative Mischungen. Und gleichzeitig aber noch ein Auge, oder was heißt gleichzeitig ein Auge, mindestens die Hälfte davon auch nochmal, dieser naturherkundliche Aspekt, ja, bewährte Rezepturen und so weiter. Also wir wollen die Kombination, einfach das Beste aus beiden Welten, ja. Also moderne Technologien auch, weil das hat tatsächlich auch einen Vorteil. Gerade was Verarbeitung zum Beispiel angeht, kann man super schonend, wenn man da gewisse Technologien nutzt, auch produzieren. Und ja, und gleichzeitig aber halt auch diese alte, bewährte Naturherkunde, bewährte Rezepturen, Übermittlungen, Bertrand Eidelberger weiß, zum Beispiel Siebenkräuter und so weiter. Also da einfach so eine Kombination hinzulegen, das ist so der Anspruch einfach, den wir haben. Wir verzichten dabei dann auch auf künstliche Vitamine, orthomolekulare Substanzen und so weiter. Also mehr im Prinzip immer körperbekannte Stoffe, ja. Also es bringt jetzt zum Beispiel Vitamin E, ist so ein super Beispiel. Da gibt es halt eben auch so ein künstliches Vitamin E. Und das kann halt vom Körper, das kennt er nicht, ja. Das ist vom Molekülaufbau anders als das Natürliche. Und das kennt der Körper nicht und kann dementsprechend auch nichts mit anfangen. Ja, da ist es im schlimmsten Fall sogar eher eine Belastung dann. Und da achten wir halt ganz massiv drauf, dass wir nur mit Rohstoffen auch arbeiten, die der Körper kennt, schon seit Jahrtausenden kennt, über die Nahrung beispielsweise, und die er auch für Arbeiten aufnehmen kann, wo wir dann eben diese Aspekte auch, die ich gerade genannt habe, dann widerspiegeln. Ja, und das ist im Prinzip so, dass du nach wir vor allem unsere Rezepturen zusammenstellen und auch uns dafür entschieden hast. Vielleicht noch ein kleiner Antikotter. Also wir gucken dann zum Beispiel auch nach den Synergieeffekten immer. Das ist auch immer ein total spannendes Thema. Gerade in der Naturheilkunde wird schon, ja wirklich seit Jahrhunderten immer drauf geschaut, weil man weiß einfach, dass gewisse Pflanzen, wenn man sie kombiniert, dass da einfach Synergieeffekte entstehen und die sich dann absolut potenzieren. Also in die Höhe auch von der Wirkung, von der Kraft einfach. Und ja, da gucken wir halt einfach immer, dass wir mit Pflanzenextrakten arbeiten, da im Prinzip auch die ganze Pflanzenmatrix auch so ein bisschen dabei haben. Weil das sind ja auch, es gibt ja unzählige Tausende von Stoffen, die noch gar nicht erforscht sind, die kennen wir noch gar nicht. Und deswegen ist es mir auch immer wichtig, so eine Art Pflanzenmatrix auch noch dabei zu haben, dass man eben diesen Teil auch noch mit abdeckt. Und ja, und den reichern wir dann oftmals noch eben dann mit diesen ortomolekularen Substanzen, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, reichern wir noch an. Und da reichern wir dann auch noch Synergieeffekte einfach, um das Ganze dann noch potenter zu machen. Und da kann man sich wirklich reinfuchsen. Das ist eine Welle für sich und braucht sehr viel Zeit, Erfahrung. Und ja, da legen wir einfach ganz, ganz großen Wert drauf. auch sinnvolle Kombinationen auch einfach zu machen, die auch wirklich funktionieren am Schluss. Genau. Ja, weiterer Punkt, will ich auch unbedingt noch was dazu sagen, ist der Bearbeitungsprozess. Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, man kann, je nachdem, was man da halt benutzt, kann man viel kaputt machen oder auch viel am Leben erhalten. Wir wissen ja, oder du weißt ja, am besten mit der Rohkost zum Beispiel, dass man die ganzen Enzyme und alles noch am Leben lassen und lebendige Nahrung auch haben. Und da legen wir auch sehr, sehr großen Wert drauf, dass wir halt möglichst schonenden Umgang mit den ganzen Stoffen bei der Verarbeitung halt haben, weil es bringt uns am Schluss auch nichts, wenn da kein Leben mehr drin ist. Also von daher nutzen wir auch wirklich modernste Technologien auch. Und da gibt es ganz tolle Sachen, die man einfach extrem schonend heutzutage auch wirklich Extraktionen hinkriegen kann von gewissen Pflanzenstoffen, zum Beispiel aus dem Kurkuma, das Kurkumin gewinnen kann. Und ja, da bedienen wir uns einfach drauf. Und ja, was vielleicht mit dem Bezug auch nochmal zur Bioverfügbarkeit, dass es auch wirklich in der Zelle ankommt, hatte ich ja schon kurz gesagt, ist aber auch noch ganz, ganz wichtig, dass die eigene Darmgesundheit auch einigermaßen gut ist. Weil sonst, es bringt halt das beste Nahrungsergänzungsmittel nur wenig, wenn halt nicht viel ankommt, weil der Darm halt kaputt ist zum Beispiel. Aber auch trotzdem muss ich eine Lanze brechen. Auch gerade dann ist es umso wichtiger, auf eine sehr, sehr gute Qualität und Bioverfügbarkeit zu achten, damit ich, wenn es jetzt noch ein bisschen an die Vitalstoffe drankomme, auf den Weg zum Darmaufbau. Weil dann dringen mir halt da auch mindere Qualitäten oder auch so künstliche Schichten halt relativ wenig. Genau. Ja, Fokusqualität hatte ich schon angesprochen. Da achten wir auch extrem drauf. Da habe ich mich eben aus den Gründen auch dafür entschieden, dass wir da halt den Fokus drauflegen, damit es eben noch lebendig ist. Und ja, wie gesagt, die schonende Verarbeitung. Das ist so im Prinzip so dieses gesamte Thema. Versuchen wir einfach auch holistisch zu sehen, also ganzheitlich, auch in der Produktion schon. Dass wir da einfach möglichst ganzheitlich denken und auch herstellen. Ja, also ich bin ja auch von euren Grünen. Also man merkt auch die gleichbleibende Qualität. Also ich bin ja ein großer Fan von euren grünen Pulvern. Und gerade dieses Grasachpulver, das ist schon seit langem mein Favorit. Und da merkt man auch immer, die Qualität ist wirklich gleichbleibend. Und du hast mir auch erzählt, die werden wirklich auf hochwertigen Boden, also Lukanascheboden angebaut. Und die sind ja natürlich dann, das macht ja auch nochmal was mit dem Mineralstoffgehalt. Absolut, absolut. Ja, muss man auch dazu sagen. Also klar, Naturprodukte unterliegen immer natürlich in Schwankungen. Also das ist ja auch gerade das, was wir wollen. Wir wollen ja kein standardisiertes Ding. Also von daher, kleinere Abweichungen kann es schon mal geben. Aber jetzt gerade bei so einem Produkt, wie jetzt dem Grasachpulver, und wenn man ganz ehrlich ist, ist es sogar ein Extrakt. Weil es wird ja entsaftet, es ist eine Extraktion schon. Also es ist ja eigentlich die Mineralstoffessenz schon. Da kriegt man natürlich noch besser gleichbleibende Qualität hin. Aber das wollte ich nur kurz erwähnen, weil da gibt es auch Fragen bei uns. Da kommt jemand und sagt, das letzte Mal hat es aber so geschmeckt, jetzt schmeckt es so. Ja, klar, jede Ernte schmeckt anders, weil die Natur ist nicht immer gleich. Da hast du mal mehr Sonne, mehr Regen, dann verändert sich irgendwas im Geschmack dadurch. Da steckt man nicht drin. Das ist halt Natur. Gut, dass du das auch nochmal mit der Darmreinigung angesprochen hast. Das ist wirklich das A und O. Auch in der heutigen Zeit auf die Darmreinigung, auf die Darmgesundheit zu achten. Also ich würde dann immer, eine Darmreinigung, es gibt ja auch längere Poren. Ihr habt ja zum Beispiel auch dieses Bio-Basis-Plus. Das kann man auch gut verwenden. Zur Darmreinigung ist auch Flohsamenschalen dabei. Da gibt es ja, ich glaube, zwei verschiedene mit Flohsamenschalen ohne. Also das ist heutzutage das A und O. Oder man nimmt auch regelmäßig Zeolit-Bentonit mit Flohsamenschalen. Da gibt es auch so kleine Minikuren. Es ist wirklich da wichtig, den Darm zu entlasten und zu reinigen, dass man wirklich auch gut von diesen wichtigen Nährstoffen, von diesen essentiellen Nährstoffen aufnehmen kann. Absolut, wirklich. Also bin ich auch 100% dabei. Also die Darmgesundheit ist meiner Meinung nach, also klar, es wird schon thematisiert auch überall, aber es ist so wichtig, unglaublich unterschätzt. Also finde ich auch heute noch, obwohl es thematisiert wird, aber ich finde es immer noch von den meisten unterschätzt. Ja, es ist ja auch so, ich möchte das kurz mal mit einschieben, so auf meinem YouTube-Kanal über die Jahre, habe ich ja immer mal so einen Einblick gegeben, die Mahlzeiten, die ich esse. Ich glaube, ich habe mit drei Mahlzeiten angefangen, jetzt bin ich bei einer Mahlzeit. Und das hat auch was mit der Darmreinigung zu tun. Also definitiv, das war so ein Schritt, dass man merkt, man braucht dann gar nicht mehr so viel. Also wenn man nur noch eine Mahlzeit oder ein bis zwei Mahlzeiten am Tag isst, statt fünf in viele oder statt vier bis fünf, dann kann man auch Wert auf die Qualität legen, der Nahrung. Dann kann man ein bisschen mehr Geld ausgeben für höherwertige Nahrung. Und das kommt ja auch wieder dem Darm und dem ganzen Körper zugute. Das ist es. 100 Prozent. Ja. Welche Menschen wollt ihr mit euren alternativen Nahrungsergänzungsmitteln ansprechen und unterstützen? Also im Prinzip tatsächlich eigentlich jeden, der irgendwo einmal Wert auf seine Vitalität legt, sein Wohlbefinden, Prävention betreiben will, einfach um vielleicht dann auch bis ins hohe Alter einfach auch fit zu bleiben. Also das ist so unsere Zielgruppe. Und gleichzeitig haben wir auch sehr, sehr viele Leute, die tatsächlich mit einer Krankheitsgeschichte auch zu uns kommen. Also bei uns im Kundenservice, da rufen wirklich täglich Leute an. Oder wir haben täglich wirklich Geschichten, theoretisch, die wir erzählen können. Und Leute mit langen Krankheitsgeschichten stellenweise, die sogar von der Schulmedizin manchmal sogar aufgegeben wurden schon. Und ja, nichts Schöner, als wenn so jemand dann nach ein paar Monaten oder vielleicht nach einem Jahr anruft und sagt, hey, mir geht es wieder gut, ich bin mit deiner Kraft. Klar liegt jetzt nicht nur an euch, sondern dann auch eine Therapie, natürlich kundliche Therapie noch dabei, aber auch eben unterstützt mit euren Produkten. Und deswegen geht es mir wieder gut. Also das ist für mich, das ist eigentlich der Zweck hier von Lebenskraft, so etwas auch zu erreichen. Das ist für mich das Größte. Und die sprechen natürlich auf jeden Fall an. Ja, aber im Prinzip ist für jeden wirklich mittlerweile was dabei. Unser Portfolio hat ja so eine Art Baukastenprinzip. Man kann wirklich sich aus einer ganz breiten Palette, das können höher dosierte Nahrungsergänzungen sein, wenn ich zum Beispiel einen Mangel habe, zum Beispiel Eisen, oder vielleicht jetzt durch, wenn ich jetzt zum Beispiel vegan bin und vielleicht jetzt eher Kochkost nehme und jetzt nicht so viel B12 irgendwie hinkriegen kann, dass ich da dann ausgleichen kann, einfach vielleicht in dem Bereich. Das hat aber nichts mit vegan zu tun, das ist bei jedem so. Aber dass ich da einfach was tun kann, bis hin eben zu den Superfoods, wo man dann auch einfach, wie du es zum Beispiel machst, dann in den grünen Setten und so weiter, um das nutzen kann, auf Reisen beispielsweise, wenn man es eben nicht frisch selber machen kann. Oder halt einfach viel Stress. Ja, es gibt ja auch viele Familien, wo man beide Mama, Papa arbeiten muss. Ja, dann braucht ihr einfach die Zeit. Und ja, also wir bieten da wirklich eine tolle breite Palette an, wo für jeden, glaube ich, was dabei ist. Aber ich will auch nochmal auf den Punkt, oder das ist eingangs ja schon gesagt, dass wirklich auch die Ernährung immer das Wichtigste ist. Und das sehe ich 100 Prozent genauso, weil man muss halt auch noch gucken, wie ist so generell der Lebenswandel? Ja, also einerseits, wie ernähre ich mich? Wie viel Stress habe ich? Bewege ich mich überhaupt angemessen? Ja, genug. Man sollte sich jeden Tag bewegen auch. Das ist so, so, so wichtig. Also sprich die Konstitution einfach, die persönliche Lebenssituation spielt da total mit rein. Und ich denke, bevor man jetzt mit dem Puzzlestück Nahrungsergänzungen anfängt, kann man so ganz viel schon auch an seinem Lebenswandel tun. Und das empfehle ich tatsächlich auch immer als ersten Schritt dahingehend, erst mal zu schrauben. Und danach oder währenddessen kann man natürlich auch noch, wie gesagt, als ein Puzzlestück auch noch Nahrungsergänzungen mit einbauen. Meiner Erfahrung nach ist es eher so, dass die meisten eher unterversorgt sind mit Metallstoffen als überversorgt. Ja, auch wenn das manchmal die Medien anders sagen. Aber also meine täglichen Kundenfeedbacks sagen halt einfach was anderes. Wir arbeiten ja auch so viele Ärzte zusammen, Heilpraktikern, die dann auch tatsächlich mit Analysen auch arbeiten. und da kann ich definitiv sagen, dass der Mangel häufiger anzutreffen ist als eine Überversorgung. Von daher halte ich es schon auch für wichtig. Aber es ist nicht alles. Also das ist immer so ein Punkt, wo ich einfach immer auf ein richtiges Level setzen will. Und auch ein ganz, ganz wichtiges Thema in meinen Augen, auch für die Leute nochmal, die wir auch ansprechen wollen. Das wichtigste Thema ist eigentlich auch wirklich in die Selbstverantwortung aufzugehen. Also sich nicht von irgendwelchen Philosophien oder sowas abhängig zu machen, auch nicht von Ärzten und von irgendwelchen Gesundheitssystemen oder so, sondern mal wirklich in die Eigenverantwortung aufzugehen. und da selbst für sich auch mit dem Körperfeedback beispielsweise zu arbeiten. Es gibt ja die sogenannte somatische Intelligenz, wo man dann wirklich auch übt, sein eigenes Körperfeedback auch ein bisschen zu schulen. Und das ist einfach eine ganz, ganz wichtige Fähigkeit, die man sich da aneignen kann. Und es funktioniert tatsächlich. Also man muss einfach da nur ein bisschen üben und dranbleiben und dann kriegt man das hin. Es gibt ja verschiedene Meinungen, das ist nur Nachwuchsergänzungsmittel. Manche meinen, ja, es gibt gewisse Nachwuchsergänzungsmittel, die muss jeder unbedingt nehmen, weil die sind essentiell. Was würdest du empfehlen, wenn du jetzt so eine Empfehlung geben könntest, deiner Meinung nach, was würdest du empfehlen, welche Nachwuchsergänzungsmittel sind essentiell? Kann man das überhaupt so allgemein sagen oder würde ich sagen, da würde ich darauf achten, dass man da immer gut versorgt ist? Ja, also grundsätzlich, da tue ich mir tatsächlich immer ein bisschen schwer, so allgemeine Empfehlungen zu geben, weil es kommt halt wirklich immer darauf an, der ganz korrekte Weg wäre tatsächlich auch wirklich über Analysen zu gehen, dass man dann einfach auch mal misst, ja, was habe ich denn für einen Vitamin-D-Spiegel oder so, macht es Sinn einfach, hier was zu tun? Am besten aber halt wirklich auch bei einem natura-kundlich angehauchten Arzt, der einem dann da auch ein bisschen was sagen kann oder vielleicht der Heilpraktiker, das ist so auf jeden Fall der erste Schritt, ja, aber also meiner Erfahrung nach, wenn ich jetzt was sagen muss, wenn ich auf die Frage antworten muss, dann würde ich sagen, tendenziell eher ja, ist es schon notwendig, grundsätzlich mit Vitalstoffresenzen und automolekularen Substanzen oder Superfoods auch zu arbeiten, weil einfach die Schere ja wirklich immer größer wird. Wir haben einerseits, haben wir immer mehr Bedarf an Vitalstoffen, wenn ich es jetzt einfach mal in die Kategorie nenne, durch Stress, Job, Familie, alles unter einen Hut bringen, Ernährung wird immer schlechter, überall Umweltgifte tatsächlich, relativ viele Bestrahlung und so weiter, also sprich, der Bedarf wird einerseits immer größer, die eine Seite wird das Schere und die andere ist halt, dass auch wirklich in den Lebensmitteln, wenn man jetzt nicht gerade so vorbildlich wie du, ja, tatsächlich extrem viel mit Wildkräutern auch arbeitet, Sprossen und so weiter, sondern wenn man sich mehr vom Supermarkt ernährt, dann tatsächlich auch nicht mehr diese hohen Vitalstoffe zuführen kann, weil einfach nicht mehr so viel drin ist und das ist auch wirklich mittlerweile extrem gut belegt, da gibt es die nationale Verzehrstudie 2 aus dem Jahr 2008, dann gibt es so Vitamin D unzählige Studien, es gibt den Selenatlas, der bewiesen hat, dass einfach das Selengehalt über die Jahrzehnte im letzten Jahrhundert quasi deutlich 80, 90 Prozent zurückgegangen ist, also man kriegt einfach quasi weniger und braucht aber mehr und das ist die große Schere, die auch gegangen ist, von daher halte ich es tatsächlich schon für notwendig, dass man da auch einmal über die Ernährung ganz viel macht, so wie du es ja auf deinem Kanal auch super beschreibst und gleichzeitig aber auch noch ein bisschen mit diesen Metallstoffessensen auch arbeitet, um einfach auch in die Kraft zu gehen, aber im Idealfall lässt man natürlich gerne vorher mit einer Blutprobe auch mal messen und schaut, wo man steht, das wäre so der vorbildliche Weg irgendwie, und gleichzeitig auch noch die eigene Körperintelligenz auch so ein bisschen aufbauen, was tut mir denn gut, wenn ich jetzt irgendwie so einen Grassaft trinke, was passiert, einfach mal da auch wirklich in sich gehen und beobachten, wie tut es dem Körper gut, gerade aber auch so Superfoods, das ist ja auch bei dir auf dem Kanal eigentlich so ein wichtiges Thema, du machst ganz viel mit Septen, mit Sprossen, Wildkräutern und so weiter, Pilze, chlorophyllhaltige Pflanzen, das sind alles in meinen Augen wirklich unverzichtbare Dinge, also die sollte man in der natürlichen Form, genauso wie du es ja auch vorlebst, auch wirklich zu sich führen, das ist die absolute Basis und Grundversorgung und eine super sinnvolle Ergänzung zum Speiseplan oder wie jetzt bei hier vor allem der Speiseplan, das ist natürlich perfekt. Dann, wir hatten es schon mal angesprochen, halte ich es essentiell für wichtig, die Darmflora, ich will einfach nochmal drauf eingehen, weil es wirklich so und so ein wichtiges Thema ist und nicht nur für die Immunabwehr, sondern es hat so manigfaltige Auswirkungen, dass die Darmgesundheit auch gut ist, geht ja wirklich bis ins Gehirn hoch, dann spricht ja so um sogenannten Zweithirn im Darm sozusagen, also es hat auch wirklich manigfaltig, sind die Auswirkungen meiner Meinung nach total unterschätzt, also Darmaufbau, haben wir auch ein paar Produkte oder du hast ganz viele Videos, glaube ich, auch auf deinem Kanal, wo du es beschreibst, dass man da einfach auch tätig wird, das halte ich für extrem essentiell und wichtig. Ja, wenn ich mich jetzt auf ein paar Vitalstoffe festnageln lassen müsste, dann würde ich sagen, Vitamin D ist in meinen Augen so eins der meist vortreffenden Mängel, ja, also da sehen wir regelmäßig auch unsere Ärzte, die da schauen und prüfen und messen, haben wir eigentlich wirklich, wenn jemand nicht supplementiert, eigentlich immer einen Mangel, was auch noch generell und zur Stärkung auf Immunsystem, Zink, Vitamin C, Selen, aber da kann man natürlich auch ganz viel über Wildpflanzen machen, Eisen, hast du ja vorhin auch schon erwähnt, ist ein wichtiges Thema und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, gerade in der heutigen Zeit, Antioxidantien, ja, finde ich total wichtig, da machst du auch mit der Ernährung extrem viel, ja, also diese ganzen grünen Pflanzen, Spossen und so weiter sind extrem reich an Antioxidantien auch, je nach Ernährung aber kann man da natürlich auch ein bisschen mit Superfoods noch nachhelfen, hast Taxantin aus der Blutregenalge zum Beispiel, Omega-3-Fettsäuren oder zig andere Traubenkernpulver und so weiter, da gibt es ja ganz, ganz viele Dinge, die sehr, sehr stark und reich an Antioxidantien sind, Bären beispielsweise auch, wir hatten es vorhin kurz über das Bärenpulver, das ist ja wirklich auch so eine Antioxidantienbombe, ja, genau, ja, und gleichzeitig hatte ich ja schon gesagt, wie gesagt, einmal Lebensweise ist extrem wichtig, Ernährung ist Fundament und danach kommen dann noch Ergänzungen durch so Vitalstoffkonzentrate einfach, ja, so würde ich es in der Reihenfolge sehen. Ja, du hast ja auch gesagt, wir brauchen halt mehr Nahrungsergänzungsmittel wegen ganzen Stress, Umweltgifte und auch, was viele auch vergessen, auch zum Entgiften, ich meine, wir können ja auch selber entgiften, wir können die Entgiftung unterstützen, aber auch, damit der Körper überhaupt entgiftet, brauchen wir Mineralstoffe und Vitamine, Enzyme, Antioxidantien, das brauchen wir auch alles, sonst kann der Körper nicht gut entgiften. Ich würde nochmal kurz ein Beispiel nennen wegen B12, ich lebe ja schon ganz lange vegetarisch und habe auch schon vor langer Zeit sechs Jahre sehr streng vegan gelebt, aber eben Kochkost und auch nur Weizenzucker und da hatte ich dann tatsächlich noch ein paar Jahre einen B12-Mangel, da habe ich dann auch körperliche Beschwerden gefühlt, war dann beim Arzt und habe dann eine B12-Spritze bekommen, weil der Wert schon so niedrig war, dann habe ich, das war glaube ich auch schon die Zeit, wo ich mich ein bisschen Rohkost orientiert habe, habe ja dann jetzt in der Zwischenzeit auch ganz viel Darmeinigung gemacht, gefastet, meine Ernährung optimiert und habe dann wirklich kein B12-Mangel mehr in der Zeit bekommen, aber mein Wert ist immer niedrig, da wird manche sagen, der ist viel zu niedrig, du musst supplementieren, aber immer wenn ich untersuche, ist der Wert ungefähr gleich, also ich rutsche nicht mehr in Mangel rein, das kann ja auch sein, dass ich jetzt so mit meiner Lebensweise, ich habe ja auch schon so ein Körpergefühl, dass das für mich dieser Wert stimmig ist, auch weil ich eben schon auf die Ernährung achte, auf die Entgiftung, den Stress minimiere, das kommt ja auch drauf an, was man von Leben führt, du hast ja die ganzen Faktoren schon aufgezählt, das kann durchaus sein, wenn man eine gewisse Lebensweise hat, dass man dann von gewissen Dingen, Stoffen weniger benötigt oder dass sich das dann irgendwann einpegelt und der Körper kann, das ist ja auch so ein bisschen B12 angeblich selber produzieren, aber da muss der Darm und die Mundflora Picovelo in Ordnung sein und das hat auch hier ein Video veröffentlicht mit dem Ricardo Leppe, der ja eher so mit alternativen Bildungssystemen, Lernorte schaffen, da macht er da ganz tolle Sachen und er lebt von Geburt an vegan und er hat mal die Mundflora gemessen von sich und seinen Freunden morgens und er war der Einzige, der basisch war, die anderen sauer und er hat erklärt, wenn der Mundraum immer basisch ist, dann gibt es auch Mundraumbakterien, die B12 produzieren können, aber es gelingt halt den wenigsten, also er hat da eine gute Basis von Kindheit mitbekommen, die haben auch vollwertig und viel Wildkräuter und auch teilweise Rohkost und das funktioniert, aber die meisten Menschen haben diese Basis heute nicht, das dauert auch so eine Zeit, um den Darm, überhaupt die Mundflora wieder so herzurichten, dass das möglich ist, aber da müssen viele Faktoren stimmen, das dauert seine Zeit und bis dahin, wenn man ein Mangel ist, ist es halt wichtig, da auch gute Präparate zu verfügen zu haben, um eben das zu supplementieren, also manchen ist es vielleicht auch, würde ich mal sagen, zu viel oder zu aufwendig, sie schaffen es aus den Lebensbedingungen heraus, jetzt nicht eine intensive Darmreinigung zu machen, exakt auf die Ernährung zu achten, auf die ganzen anderen Faktoren und dann ist es dann eben so, dass man das sie dann in Kauf nehmen, dann nehme ich halt regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel, das ist ja jeder, jeder hat ja die Verantwortung, die Selbstverantwortung, das ist ja durchaus legitim und deswegen ist es auch schön, dass ihr dann auch so alternative Nahrungsergänzungsmittel mit natürlichen Ursprungs habt, wo man sich dann, wo man sich dann eben bedienen kann, das sehe ich durchaus als sehr großen Vorteil an. Ist aber ein super spannender Erfahrungsbericht, habe ich jetzt so auch noch nicht gehört, aber mega spannend, also ich lege auch, oder auch hier, wir bei Lebenskraftur legen auch extrem Wert auf die Erfahrungsteilkunde, nennt man das ja tatsächlich auch, weil eben auch noch in dem Bereich ganz vieles nicht erforscht ist, ja, also gerade die Beispiele, die du jetzt gerade genannt hast, ich denke, wäre mega interessant, da mal auch in die Forschung aufzugehen und sowas auch mal belegen zu können, weil das ist ja das, was leider in der Welt nur anerkannt ist, aber das ist ultra interessant und wir sind da wirklich auch, wir legen ganz viel Wert auch auf die Erfahrungsheilkunde, auf die Feedbacks von unseren Kunden und so weiter, auch von unseren Therapeuten, die mit uns zusammenarbeiten, weil es ist halt leider ganz vieles noch nicht erforscht in dem Bereich, weil halt jetzt nicht die Riesenlobby da ist und sowas kostet immer Geld und von daher finde ich solche Berichte immer super spannend, toll. Der hat sogar, ich glaube, einen Überschuss an B12 gehabt, hat seinen Arzt gesagt, da soll man aufhören zu supplementieren und das hat wirklich einen sehr hohen Wert gehabt. Ist auch interessant, ne? Super. Aber es ist halt nicht, kann man nicht auf jeden projizieren, da gehören ja die ganzen Umstände dazu und so ist es. Deswegen habe ich ja vorhin auch gesagt, ich bin jetzt kein Freund von diesem Gießkannenprinzip und ich tue mir da immer schwer, sowas zu beantworten, weil ich halt sage, es kommt wirklich, es ist so unterschiedlich, da ist jeder, da kannst du zehn Menschen hinstellen, da hast du zehn unterschiedliche Empfehlungen. Das zeigt ja, nur immer solche Erfahrungsberichte, wir sind nicht alle gleich, es gibt da Extremen und das ist auch möglich und das finde ich auch wichtig, das ins Bewusstsein zu bringen, wie unterschiedlich Menschen reagieren und wie unterschiedlich Menschen aufgestellt sind. Zumindest würde ich dich gerne fragen, was nimmst du denn aktuell für Nahrungsbericht? Ja, also ich habe tatsächlich, ich bin ein ganz, jetzt habe ich hier gerade gar nichts stehen, aber steht in der Küche. Ich bin zurzeit ganz stark wieder beim Matcha, weil der mir so viel einfach, klar lässt sich auch darüber streiten mit dem Koffeingehalt und so weiter, aber mir tut er sehr, sehr gut gerade und ist einfach jetzt im Job, wenn es auch mal ein bisschen stressiger ist und so weiter, wirklich gut und das ist bei mir total, also es macht wirklich, also es macht einfach so einen klaren Geist für mich, das ist unglaublich. Also ich liebe zurzeit den Matcha am Morgen, auch Antioxidantien, da haben wir vorhin auch kurz drüber gesprochen, auch ein Feuerwerk, Antioxidantien und ja, Vitamin D, es darf auch nie fehlen und allen voran halt die grünen, super kurz vor allem Grassefte und so weiter, grüner Saft, den wir da haben, schmeckt manchmal noch ein bisschen milder, habe ich auch ganz gern, aber auch manchmal den Grassaft. das sind so vor allem die Dinge und Vitamin D, gut jetzt im Sommer, ich nehme es aber trotzdem auch im Sommer ein bisschen, nicht so hoch wie sonst, aber auch im Sommer ein bisschen, Vitamin K, Magnesium, das sind die Hauptdinge, die ich aktuell erlebe. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich aktuell nichts nehme, aber ich habe tatsächlich jetzt mal im Winter, weil das auch so, durch diese C-Thematik war das so ein schwerer, dunkler, zäher Winter, also das war so belastend, habe ich tatsächlich auch mal Vitamin D wieder genommen, und ja, also sonst, die grünen Säfte, die grünen Säfte, also Grassaft, meine Jungs nehmen grüner Saftkomplex fast jeden Morgen, der ein bisschen milder ist und dann bekommen sie auch noch Spirulina-Fresslinge regelmäßig, also Mikroalgen, die sind ja auch sehr potent, was Mineralstoffe angeht und Chlorophyll, die haben, gut, meine Jungs, da hat es jetzt nicht so mit gesunden grünen Lebensmitteln, aber grüner Saftkomplex, die Portion ist auch schon größer geworden, am Anfang ganz klein, jetzt brauche ich schon ein bisschen mehr und dann Spirulina und Chlorella auch ab und zu am Abend und da bin ich, also mein Großer isst ja auch Wildpflanzen und Salate und Sprossen, aber der bekommt dann auch diese Variante mit und sein Bruder eben, da bin ich sehr froh, dass er das nimmt, die bekommen auch Vitamin D, vor allem im Winter, dann hatte ich ja schon erwähnt, mein Jüngerer, der hat auch immer mal regelmäßigen Eisenmangel, hatte ich früher eher so mit Kräuterblut aus der Apotheke gearbeitet, aber das dauert, ehe man da so auffüllen kann und ja, dann bin ich ja bei dir fündig geworden, jetzt ist halt auch das Alter, wo er Kapseln schlucken kann und perfekt, also dann bekommt er das, mein Ältester hat auch mal einen Zinkmangel, das hat man bei einer Heilpraktik dann festgestellt, da habt ihr ja auch über dieses Zink, dann hat er das immer mal kurmäßig genommen, sonst, ja, genau, das ist das, was wir aktuell ich habe noch was vergessen, ich werde fast gelogen, Pilzkraft nehme ich auch auf der Zeit, das sind ja diese Vitalpilze, Regi, Tarki und so weiter, ist auch mega super, also kann ich, gibt auch richtig Power, das auch mal testen, aber genau, das ist so das, so grasshaft ist bei uns immer grüner Saftkomplex für die Jungs, Spirulina Chlorella, das ist immer fast täglich, oder? Ander Programm, Das habe ich dir auch schon erzählt, wenn ich unterwegs bin und ich entsaften kann, ich liebe ja grüne Säfte, in Divi habe ich jetzt immer gerne entsaftet, Stangselerie oder Brennnessel, Girsch, ich mag ja total gerne Windkräutesäfte, und wenn ich jetzt mal wieder ein bisschen unterwegs bin, dann nehme ich jetzt nicht extra einen Entsafter mit, dann nehme ich mir auch mal dann einfach Grassaft mit, jetzt Silizium Co. wollte ich mal wieder machen, das besteht ja bei euch eben auch aus Brennnessel, Ackerschachtelhände und Bambus, das ist auch eine geniale, hat wahrscheinlich auch so einen synergetischen Effekt, ist ja eine total geniale Kombination, und dann mache ich einfach mal, ja, dann mache ich mir daraus eben so Säfte sozusagen, rührt das ein, und das werde ich jetzt auch mal dann im August ein bisschen purmäßig nehmen, wenn ich unterwegs bin, ja, das ist... Ja, das haben wir tatsächlich auch bei dem Silizium totales Feedback bekommen, dass es einfach wirklich in dieser Kombination, auch wenn das Silizium jetzt aus Ackerschachtel, Halb und Brennnessel relativ schwer für den Körper aufnehmbar ist, aber es funktioniert in Kombination, also bei Bambus haben wir diesen Extrakt, der besteht fast nur aus Silizium, auch extrem bioverfügbar aus Silizium, aber auch da haben wir festgestellt, scheinbar liegt es auch an dieser synergetischen Wirkung, dass es total gut funktioniert, in diesem Dreierverbund einfach extrem bioverfügbar und gut aufgenommen wird, also haben wir Wahnsinns Feedbacks. Ja, das ist auch alles, also ja, also eure, wie gesagt, grüne Pulver, und mich überzeugt auch das, wenn man wirklich mal was braucht, dann ist es so natürlichen Ursprungs und so bioverfügbar und natürlich wie möglich. Lieber Fabian, wir sind am Ende des Videos angelangt und du hast dann noch oder wieder eine schöne Überraschung für meine Zuschauer, das machen wir ja jedes Mal bei einem Interview, es gibt bei Lebenskraft Pur wieder 5% Rabatt auf den gesamten Warenkorb vom 29. August bis zum 3. September. Also ich setze euch den Zeitraum nochmal unten in die Videobeschreibung beziehungsweise in den erstangebindenden Kommentar und dort findet ihr auch den Code, dass ihr die 5% Rabatt bei Lebenskraft Pur einlösen könnt. Lieber Fabian, ich danke dir sehr für die Einblicke, dass du uns nochmal so tiefergehende Einblicke gegeben hast zu den Nahrungsergänzungsmitteln. Ich danke dir auch sehr für die Zusammenarbeit, dass du meinen Zuschauern 5% Rabatt gewährst. Lieben, herzlichen Dank. Und ja, jetzt an die Zuschauer, gerne eure Meinung, eure Erfahrungen zu Nahrungsergänzungsmitteln. Wie seht ihr das? Was sind eure Erfahrungen? Was nehmt ihr? Ja, lasst es uns gern wissen. Ich freue mich auf alle Fälle überregen Austausch. Fabian, dir wünsche ich noch alles Gute weiterhin mit Lebenskraft Pur, dass ihr noch mehr tolle, natürliche Produkte entwickelt und euch Zuschauer wünsche ich noch eine wundervolle Zeit. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz bald. Vielen Dank. Tschüss.